Sprich, du musst mir die Eckbälle geben. Wir machen die Eckball-Strategie wieder. Bist, du sollst mir die Eckbälle geben. Aber nicht zu Jumbo. Irgendein Ross. Deswegen. Das ist das dritte Mal, dass wir das jetzt machen. Das dritte Mal, dass er mal reingeht. Geil. Das Ding ist, ich habe ihm jetzt noch Power-Kopfball und alles gegeben. Der Typ hat jetzt 98 Kopfball-Accuracy. Er ist ein Gott. Rückraum. Ja, okay, passt schon. Er hat auch einen Longshot. Das ist ein richtiger Profi-Stürmer eigentlich. Wir können ja noch einen Sturm kapazieren. Lies bitte Spiel ab.